und wieder lauter und jetzt gehst du Nini, die bleibt noch bei mir, jetzt gehst du selber und abgutierst die total fröhlich. Lange Pause, man ist sehr irritiert. Warum geht das einfach so? Jetzt kannst du alle gemeinsam noch mal zur Seite schicken. Supergut und er darf den mitnehmen und vor uns noch mal schütteln, er hätte ihn erbeutet. Und übrigens... Aber das ist nass. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So, jetzt gibst du Anna einmal den Beutel. Sichtbar, sodass sie die Übergabe sieht. So, Anna wirft die nach hinten. Und du schickst sie. Und dann darfst du hier leer fressen. Dann gib mir nochmal die Leine. Und jetzt gehst du mal selber hin und du nimmst Anna die Folie ab. Und sorgst dafür, dass sie dann stillsteht. Und sorgst dafür, dass sie dann stillsteht. Und dann hörst du mal. Und dann hörst du mal. Und dann hörst du mal. Wurrst du den Beuten einmal in die Richtung? Weiter, weiter, weiter. Ein Stück nach rechts. Und dann einmal in dieses Blumending, weiter, einfach reinschmeißen. Und dann einmal in diesem Blumending, weiter, einfach reinschmeißen. Und dann einmal in diesem Blumending, weiter, einfach reinschmeißen. Hallo? Guten Tag. Du stehst schon beim Beutel, oder? Nein, ich weiß nicht. Ne, da ist der Beutel. Komm einmal mit. Du musst ihn nicht unbedingt angucken. Oh Gott, genau das dachte ich mir nämlich. Scheiße. Lass die Beute. Schnell los, damit es dir nicht weh tut. Ja, super. 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 Guck mal was ich gefunden habe. Du bist aber ein toller Hund. Toll. Super. Ja fein. Super. Super, super, super. Nur halt dich mit dem Namen. Guck mal, schnell her. Ja komm mal, schnell her.